Was ich investiere, eine wirkliche Investition ist und nicht rausgeschmissenes Geld. Nein, der Markt wird wachsen. Der ist in den letzten Jahren gewachsen, der wird weiter wachsen. So, was passiert mit deinem Geschäft? Du sollst nicht mehr arbeiten, du sollst nicht schneller arbeiten, du sollst einfach mit dabei bleiben, Kontakte machen, Produkte verteilen, Leute sponsern und empfehlen uns. Spätestens am Ende des Jahres 2012 wird eine von euch in die Hauptberuflichkeit gehen. Das Einkommen wird so hoch sein, dass ihr eigentlich schon gut davon leben könnt, aber vielleicht bleibt einer von euch noch in seinem Hauptberuf. Der andere wird definitiv wechseln, weil wir ganz deutlich erkennen, die Chance liegt hier und unsere Zukunft und die Zukunft der Familie liegt bei Feierabendung. Und es ist erst das zweite Jahr, was ihr komplett im Geschäft seid. Jetzt können wir das weiter zeichnen, das dritte Jahr 2013. Das vierte Jahr und das fünfte Jahr. Wie wird dein Geschäft aussehen im Jahr 2015? Wir müssen diese Linie einfach nur verlängern und du siehst, wie groß dein Stück an diesem Gesundheits- und Ernährungsmarkt in Griechenland, in Europa, in der Welt mittlerweile geworden ist. Das ist kein nebenberufliches Geschäft. Da wirst du das doppelte, dreifache, vierfache, fünffache von dem verdienen, was du heute in deinem Hauptberuf verdienst. Und das ist nicht irgendetwas, sondern das ist das, was die Wissenschaftler sagen, was die Experten sagen, wie sich der Gesundheits- und Ernährungsmarkt entwickeln wird. Es kann also nur eine Art von Verlierern im VR-Berlin-Geschäft geben und die Verlierer sind die, die nicht mit dabei bleiben. Das sind die, die irgendwann aussteigen und den Glauben verlieren, dass sie wirklich für etwas Großes und für große Resultate hier auf der Welt sind. Alle anderen werden zu den Gewinnern gehören müssen, wenn sie sich auf das konzentrieren, was das Geschäft wirklich erfolgreich macht. Es sind nur diese vier Staten. Und wenn deine Gruppe größer und größer wird, dann gibt es nur eine Möglichkeit, nämlich die Gruppe zu führen, dich vormachen. Du kannst nur von anderen Menschen verlangen, was du selber auch bereit bist zu tun. Und Fireball-Living funktioniert genauso wie gute Kindererziehung, nämlich durch Vormachen. Mach deinen Leuten vor, lebe deiner Daumen vor, was du möchtest, wie sie sich entwickeln. Und hilf so viel wie möglich Menschen, dass sie mit den Produkten gesünder leben, besser leben und länger leben. Und hilf so viel wie möglich Menschen zu einem Zuhören, ein Zuhören, bis hin zu wirklichen... Mehr kann ich eigentlich nicht sagen. So, wer löst mich jetzt ab? Ich bin eigentlich fertig, ich habe alles gesagt. Doch, ich kann auch sagen, bleibt gesund oder werdet gesund, habt viel Spaß beim Aufbau eures Forever-Geschäftes und stoppt nicht in der Manager, Senior oder Song, sondern die höchste Position bei Forever mit der höchsten, die höchste Bonus-Position ist die Diamond-Manager-Position. Und jeder von euch, der heute hier sitzt, sollte zumindest die Diamond-Manager-Position erreichen. Wenn du dich dann ein bisschen zurückdenkst und sagst, ich verdiene 50, 60, 70.000 Euro im Monat, ich mache mal eine kurze Pause, ist das okay. Aber vielleicht geht es dann weiter. Aber jeder von euch sollte zumindest diese Position im Marketing-Manager-Position erreichen. Ganz herzlichen Glückwunsch. Ganz herzlichen Glückwunsch. Applaus